Hey, hallo und herzlich willkommen. Neue Ausgabe RetroNest. Dieses Mal habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt, denn wir spielen Luigi's Mansion. Und ja, willst du dich selber vorstellen? Ja, also ich bin Jans Bruder, Malte. Ich war einmal war sogar schon mal bei SNLTV dabei, bei dem Hearthstone Event, also bei dem letzten, falls das einige von euch gesehen haben, dann könntet ihr mich daher kennen, aber ja, es war mein zweites Mal bei SNLTV. Und warum bist du jetzt mit dabei? Weil damals, als Luigi's Mansion rauskam, hatten wir das sowieso immer zusammengespielt und dann war es auch mein Lieblingsspiel und ja, hat sie jetzt gut angeboten, dass sie dann zweit dabei war. Ja, deswegen halt, weil manche auch dann, wo ich damit auch drauf hinaus, so eins der absoluten Lieblingsspiele ist, also ich weiß nicht, also Top 3 schon auf jeden Fall. Mindestens ist Top 3. Deswegen, ich will mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster liegen und sagen, dass es ein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten wäre. Das ist dann immer so nach Stimmung. Also nachdem ich z.B. Persona durchgespielt hatte, hatte ich gesagt, Persona ist mein Lieblingsspiel. Also fünfte Teil meinst du? Persona 5. Ja, Persona 5. Aber das ist immer, je nachdem wie gar die Stimmung. Aber auf jeden Fall gibt es, ist Luigi's Mansion immer ganz oben mit dabei. Immer mit oben dabei. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Du wolltest uns nochmal resetten, dass wir auch das Intro mit drin haben. Okay. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange das dauert, bis das Intro kommt. Ach so. Ach, dann kommt das nicht, wenn man jetzt eine neue Datei startet. Ich könnte kurz die Wii resetten. Läuft das Intro nicht einfach, wenn man jetzt ein neues Spiel startet? Oder fängt man direkt dann in der Welle an? Ach stimmt, doch. Das ist doch ein neues Spiel. Ne, ich überspring's ja. Aber ich kenne das nicht. So, das ist jetzt nämlich die Story. Also es ist ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen cryptic, weil es ist einfach so impliziert, was halt passiert, was passiert. Tatsächlich nicht, weil damals gab's ja eine richtige Anleitung, und die ist ja drauf. Ja, okay, eine Anleitung steht's halt drin, aber wer liest sich den Shit noch zu Tage noch durch. Ja, ich weiß. Deswegen halt. Damals gab's dann richtige Anleitung mit Design and I'm, und da hatten sie das hingeschrieben. Also die Story ist halt, dass Luigi bei einem Gewinnspiel, wo er nie dran teilgenommen hat, eine Villa gewonnen hat. Schon Shady? Ja, und Mario ist dann einfach schon mal vorgelaufen, und ja, alles Weitere kriegt man dann so jetzt noch im Spiel mit. Er ist dann verschwunden, als er schon mal vorausgegangen ist. Ja, und deswegen ist jetzt Luigi da und Mario laufen. Ja, damals, als ich noch Mühe mit der Anleitung gegeben habe, stand sowas halt noch mit drin. Das war, ja, damals war alles besser. Der Abfuck. Vielleicht. Ja, heutzutage ist auch echt so. Die packen halt so einen Set an Anleitung mit rein, wo im Prinzip nichts drauf steht. Außer vielleicht so Copyright-Hinweise und sowas. Nicht mal. Nur Sicherheitshinweise, dass du das Spiel nicht essen sollst oder sowas. Ach, geil. Nicht die Switch-Karten schlecken, weil sie so gut sind, dass ich hier sauer war. Ja. Hab ich nie ausprobiert. Auch nicht. Äh, dann... Ja, ist schon ein bisschen filmig, die Cartridge so abzuschleckern. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, hm, die Cartridge sieht ja lecker aus, die esse ich jetzt mal. Oder lecke ich ab und würde essen jetzt nicht, das ist ja ein bisschen zu much. Aber... Ein bisschen reingeschissen vom, kaufst dir 60€-Spiel, dann isst du's einfach. Das erste, woran du dran denkst, wenn du dir Smash Bros. kaufst, so hm. Erstmal dran lecken. Geil. Das geht in den Köpfen ab. Irgendwie gibt's bestimmt da draußen, von dem jetzt der Fetisch ist. Einfach Cartridge, das Spiel oder so. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Ja komm, es gibt irgendwo immer irgendeinen, der auf irgendwas steht, was man sich nicht vorstellen kann. Ja, es gibt viele Menschen, das stimmt. Also hundertprozentig. Ja. Und für die ist das halt genau gemacht, dass er zu sauer ist. Nicht wegen den Kleinkindern, die das auch so unterschlucken könnten. So, wir sind jetzt auch schon mitten im Spiel endlich drin. Da ist schon grad eben der erste Spooky Ghost gewesen. Der Spooky Ghost? Alle Designs damals sind noch so geil da. Meins, von 2.5 auf dem 3.5? Ja, genau. Also die sind halt richtig geil. Die sind halt richtig geil. Die haben auf dem 3.5 Menschen 2, die fand ich halt ein bisschen zu harmlos. Ja. Ich weiß nicht, wie es anders beschwunden ist. Ich fand die halt uns als ein Tun harmlos. Die sehen so ein bisschen unheimlich wesens aus. Ja, ich weiß was du meinst. Die sind einfach zu... Ja. Aber die Beta-Geister, also das gibt ja eh drei Videos. Ah ja, genau. Die fand ich glaub ich gar nicht. Also wenn ich die richtig in Erinnerung hab, fand ich die auch gar nicht gut. Also das sind schon die besten Geister. Ja. Joa. Also ich find's auch... Man hat das ja schon ein bisschen Gamepages gesehen zu Luigi's Mansion 3. Mhm. Ähm. Da fand ich eigentlich die Designs da wieder ganz gut im Vergleich zum zweiten Teil. Ja. Die waren... Die sind jetzt besser, die da. Also da bin ich auch... mehr gehypt auf jeden Fall drauf. Also den zweiten Teil haben wir uns ja auch geholt. Aber ich hab den glaub ich zu Glück gar nicht weit gespielt. Nur so ein, zwei Stunden oder so die Story. Also nicht mal die erste... Nicht mal die erste Villa durch. Was auch jetzt schon direkt so ne Sache ist so... Was? Es gibt mehrere Villen. Das ist auch irgendwie merkwürdig gewesen. Aber beim dritten Teil ist ja wieder... Ähm. Es ist einfach nur eine Villa, die man da durchspielt. Und das find ich dann wieder... Ganz leise wie der Teil eigentlich. Das ist ja... Im dritten Teil ist es ja jetzt eigentlich so ein Hotel. Ja genau. Geil. Hotel Mario. Geil. Geiles CGI-Spiel. Das ist ja der Nachfolge zum Hotel Mario. Wirkliches Mansion 3. Und das Gute ist auch... Es gibt jetzt im dritten Teil wieder ganz normal Portrait Geister. So wie auch im ersten Teil hier. Ja. Bestimmt hat im zweiten Teil echt gefehlt. Ja. Ja. Da war einfach nur... Weiß ich nicht. Im zweiten Teil war nur so einzelne Missionen halt. Die man halt in diesen... Soberaten Villen dann macht. Ja. Du musstest halt diesen... Diese... So Mondstücke. Dass du da so... So... Bei der Villa halt immer so Splitter. Von diesem Mond irgendwie. Okay. Ah da war grad nochmal die Story mit dem Wettbewerb. Achso. Ja. Bisschen... Bisschen hat durchgeskript hier. Die Zuschauer können sich das hier näher... Durchlesen. Wenn sich die Textboxen dann anschauen. Für uns ist halt alle schon... Wir kennen das halt schon. Pausen mal schon. Gesehen. Deswegen... Aber hier auch. Die Villa ist erst vor einigen Tagen aufgetaucht. Ja. Die ganze Villa. Das außerdem. Ist eigentlich... Begeistert. Uh. Geil. Richtig. Die stankigen Punts hier, Alter. Was ist 2000? Danke, Nintendo. Wann kann das Spiel nochmal raus? 2002? Drei? War das nicht eins? Ich glaube 2003. Drei? Wir können doch direkt auf die Box gucken, bitte. Auf die Box da. Ah. 2001, 2002. Ja. Also wahrscheinlich in Japan 2001, und dann außerhalb, also Europa, Amerika 2002. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, also wirklich, da wird man schon gespoilert, dass alle so Ergebnisse sind immer hier. Da und da. Geil. Machen wir es mal nicht. So. Geil. Mario retten. Oh, brauchst du die Steuerung? Oder weißt du wie das geht? Hm. Guck ich mir eigentlich lieber nochmal an. Geil. Was sagst du nochmal, wenn man es nicht Standard macht? Was glaubst du noch? Äh. Dann bewegst du dich in Tanksteuerung. I? Ja. Das ist halt normal. Das ist Tanksteuerung. Warum sollte man Tanksteuerung bevorzugen? Weiß nicht. Ja. Wenn man Resident Evil macht. Okay. Wenn jetzt Resident Evil 1 und 2 Crack ist, dann schon. Das ist das. Oh. Oh. Ja, okay. Vielleicht. Ja, mehr Explorer. Christ is watching you. Ja, du Männer. Ja, danke für den Sub. Freuen wir uns drüber. Ja. Ja. Ja, äh. Ach genau. Erstmal Tutorial. Wie man jetzt, äh, so'n... Die einfachen Geister erstmal... Aufsaugt. Also... Ich denke, man kann nicht abstreiten, dass das Spiel auf jeden Fall Ghostbusters inspiriert ist. In irgendeiner Hinsicht, oder? Es ist zwar ein Staubsauger. Das andere waren ja so, ähm... Weiß nicht. Wie haben sie die genannt bei Ghostbusters? So Protonen-Werfer-Dingens. Aber trotzdem, du schießt halt mit etwas auf Geister. Ja, bei Ghostbusters war das halt nur um die... Das war ja wie eine Angel eigentlich nur, dass es ja richtig aussorgt. Ja, schon. Aber du bist halt ein Typ, der irgendwas auf dem Rücken trägt und damit Geister besiegt, oder so. Ja. Also ein bisschen schon. Ja, gut, das stimmt. Bisschen schon. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja... Viele Sachen, das sind ja von anderen, äh... Programmen oder Sachen ausprobieren. Ja, gut. Geil. Allgemein, man muss halt die Geister mit der Taschenlappe anleuchten. Dann wird, äh... Genau, ihr Herz dann angezeigt. Und dann kann man sie auch aufs Herz und sie verwundern, wenn man das sehen kann. Und da hat man auch unter dem Herz so eine Zahl stehen. Das ist im Prinzip das Leben von denen. Ähm... Oder es geht ja mit der Zeit runter, je länger man sie einsaugt. Und wenn es halt Null erreicht hat, dann hat man sie halt gefangen. Und, ähm... Dann... Dann... Weiß ich... Das höchste... So wie... Ich glaube es ist ein Radius von... 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 10 bis ab... 500 wäre das höchste, oder? Ich glaube... 300... Ich glaube... 300... 300... Ah, ja. Alle auf einmal. Genau. Was da... Genau. Alle durchreißen Laufen. Geil. Dass alle auf dem Haufen sind. Wenn jetzt nicht alle erwischt dann... bin ich echt so... Nice. Niiiim! Oah. Einer ist weg! Boah, du Gut! Vier von fünf auf einmal. Ja, aber da könnte man halt sehen, man kann auch mehrere Gars auf einmal aufslaufen. Ist halt schon ziemlich... Satisfying wenn man das hier kriegt. Ah, genau. Der Torps Илиi ist ja auch... Da ist ja auch der... Der Schreck weg. Nur 816. Ja, weil der Joke ist... Es gibt in Super Mario Sunshine noch den Dreck weg. Ich glaube es war 0817 oder so. War es nicht 0817? Ne, es war auch 0817 hochgezählt von 0815, das ist ein bisschen der Joke. Und dann 0816. Ich glaube Sunshine kam ja ein bisschen später raus als Luigi's Mansion. Dann ist nämlich der Dreck weg 0817 gewesen, weil sie dann so hochgezählt haben von der Nummer her. In der Hinsicht war Luigi's Mansion mehr Launch-Titel für den GameCube als Mario Sunshine. War es ja auch. Sunshine wäre ja gar kein Launch-Titel. Es hätte nur, glaube ich, sonst nicht so oft passiert bei der Nintendo-Cube. Also jetzt ein enges Mario-Spiel der Launch-Titel ist. Obwohl bei der Wii, warte mal. Bei der Wii? Bei der Wii war es Twilight Princess und Wii Sports und sowas. Schnell drauf, ich dachte es auch immer ein Mario-Spiel. Mario Galaxy kam erst, ich glaube ein Jahr später erst. Ja, es kam... ja, 2006. Obwohl ein paar andere Mario-Kartiere, wo Toad einfach random hier in der Villa rumlaufen. Ja, bei Toad kann man immer speichern. Ja, das ist der Speicherpunkt. Er hat noch die Erklärung, warum Toad hier auf einmal ist. Ja. Also ich frage, was soll er jetzt ausrichten im Vergleich? Guck mal. Toad geht rein in die Villa und sitzt direkt in die Ecke und heult erstmal, weil es dunkel ist. Also ehrlich mal, was soll er denn jetzt bringen, um Mario zu retten? Aber, das impliziert ja auch außerdem, dass Peach Luigi nicht vertraut, dass er es alleine hinbekommen würde und sie schickt immer ein paar fucking Toads hinterher. Ja. Es gibt ja, ich glaube 3 oder 4 Toads gibt es da in der Villa. Nur so wenig? Ich glaube ja. Es gibt nicht so viel. Es ist wieder im Bereich 1, also pro Bereich dann 1 Toad, oder? Ne, im Bereich 1 gibt es tatsächlich sogar 2. 2. 2, ja. Stimmt. Ja. 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 Ja, die Münzen sind eigentlich Gameplay-mäßig nicht wirklich wichtig, nur halt sie sind für einen High-Store am Ende des Spiels. Also je mehr Geld und andere Wertvolle es halt einsammelt, desto besser ist dann die Begleitung am Ende des Spiels. Was wir dann auch auf jeden Fall heute noch sehen werden, denn wir haben vor, die Spiels am Stück durchzuspielen komplett, weil wenn man es halt gut hinkriegt, man es so in 3-4 Stunden halt schon schaffen kann locker, würde ich mal behaupten. Ja. Das auf jeden Fall macht er. Ja. Boah. Spookige Mädel. Ja, den hab ich immer gehasst, an dem seinen scheiß Gutsch auch. Den war immer, von allen immer am spookigsten für mich. Ich hab immer die ganze Szene gehasst, wenn man das nicht skippen kann. Wie bringt er eigentlich auch die Controller dabei? Oder jetzt nur die... Äh, nee. Na schade. Wäre lustig gewesen, wenn der Controller auch vibriert, während die Böder vibriert. Ich hatte es, ich hatte es eigentlich auch in meinem Kopf, aber... Ja, deswegen hab ich auch gerade kurz heute geholfen, ob sie es nicht so gemacht haben. Ja, der Kopf ist ja mal... Och, der ist ein Verluchte-Fänger. Ja, exakt. Ich bin dann nicht so im Game drin. Achso. Ja, wie sehen wir im Chat aus? Wer von euch hat denn alles schon mal Ludwig's Mansion gespielt? Wer kennt das Spiel? Gibt es da irgendwie auch für euch Nostalgie, so wie für uns gerade. Also... Es ist schon so ein Spiel, finde ich, was man auch öfter mal durchspielen kann. Also ich habe das, glaube ich, auch noch nie geschafft, die beste Bewertung am Ende zu bekommen. Ich hatte das einmal. Es gibt, glaube ich, A das höchste, oder gibt es noch eine S-Range da drüber? Ne, ich glaube, A ist eigentlich nur eine S-Range. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Also ich weiß, wie die Bilder aussieht, deswegen kann ich mich daran erinnern, dass ich die einmal hatte, aber... Ja, wie sie aussieht, weiß ich auch, weil man halt so... Siehst du ja hin und wieder mal Screenshots im Internet und sowas. Aber ich glaube, das höchste, was ich hier hatte, war B. Ich glaube, A habe ich gar nicht geschafft. Ich habe ja vorhin den Anspruch. Nur auf A abschließen. Möchtest du ihn mal hin? Ich habe jetzt hier doch gleich ein neuer Geistertyper. Ah, genau hier. Das ist die chinesischwersten, die habe ich jetzt 20 mehr. Wunderbar. Ja, okay. Wenn man das Spiel halt kennt... Ist auch nicht so schlimm. Ja, klar, sag mal. Hätten wir bald auch. Gibt es sich auch, wenn neuer Geister auf einmal auslaugt, auch manchmal so Bonus-Sachen wie Herzen oder sowas, die du da entlocken, damit du einfach dein eigenes Leben auch fischen kannst damit? Das kann sein, ja. Ich glaube, ab drei Geistern wieder mehr oder so, und so auf den Saugern. Oh, so ein Geistern. Dann wird ihm einfach verschwindet. Dann wird ihm einfach verschwindet. Okay, jetzt saugt ein bisschen. Meinst du? Okay, gut. Dann müssen wir es wieder immer so lange, dass wir jetzt in solchen Sachen liegen bleiben. Ah, der hat mich jetzt gehört. Okay. Ja, und wie die Steuerung auch jetzt funktioniert. Also, man kann halt... Ich sage, mit den Schultertasten bedient man halt den Staubsauger, was man halt mit R, äh, mit der richtigen Schultertaste, halt einsaugt. Und dann muss man den Kontrollstick halt in die gegenwerte Richtung drücken, von dem, wo jetzt der Geist gerade vorfindet, und halt wirklich einfach mal wieder das Ange halt hochziehen. Und ab. Ja. Ja. Nice. Jetzt. Das war jetzt sowieso ein seltener Geldgeist. Der taucht dann an jedem Ort nur einmal auf. Oh Gott, jetzt gucke ich auch noch dazu. Ähm, und wenn man diese blauen Geldgeister nicht schnell irgendwie bekommt, dann verschwinden dann aber so einfach immer. Weil man hat nur eine Chance, die einfach verschwindet. Und die sind jetzt... Ja, Bananengeister. Die haben jetzt 40 Läden und die drappen auch noch Bananenschein, also auf die man auch mit sichern und den Staden bekommt. Ja. Da nimmt man so ein bisschen... Weiß nicht, ein bisschen Donkey Kong ist ja auch immer. Da ist ja nur mit den Bananen. Ja. So wie Chunky oder Kiddy Kong so ein bisschen, weil da so ein großer, goofy Dude so halt ist. Ja. Ja, da muss ja auch, wie immer, ne. Da braucht man solche Assoziationen damit. Ist auch nahe wie Donkey Kong und Bananen. Ja, gerade in den Tenden Donkey Kong und Bananen ist das ja alles. Ja, und man kann halt, ähm, die Taschenlampe bedienen mit der B-Taste, die kann man damit... Also normal selber die Taschenlampe an, und wenn man die B-Taste drückt, dann kann man die Taschenlampe damit ausmachen. Und, äh, damit kann man es dann halt teilen, dass man die Geister richtig halt anleuchtet, um die dann halt, um sich verwundbar zu machen. Das ist die Mechanik, ist ja auch wirklich nice. Da ist jetzt so, 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 im Prinzip so eine Art von, so, äh, Schwerkraft damit drin, dass man solche OG-Kraft bewegen kann, mit Ansaugung und Wecksaugung und sowas. Das ist schon richtig nice. Draußen ist jetzt der andere Toad. Genau. Jetzt war der Toad im ersten Bereich. Ja, und im Prinzip sagt jeder Toad nur, ja, ich danke, dass du mich, äh, gerettet hast, und du musst Mario finden, weil ich es nicht mehr wege. Genau. Weil er zu inkompetent sind. Und noch mehr Angst haben als Luigi schon selber. Aber deswegen, gerade wegen solchen Sachen, finde ich eigentlich auch den Luigi den viel interessanteren Charakter als Mario. Weil es sind halt beide ziemlich flache Charaktere, so allgemein, im... jetzt im gesamten Fall. so ein Verhältnis von Videospielcharakteren. Aber Luigi hat noch so ein bisschen Tief noch mit drin, finde ich, dass er noch mehr Charakter noch hat als Mario. Mario ist einfach so der, weiß ich, äh, Cut-Out-Action-Held einfach so, der nicht viel Persönlichkeit hat. Aber Luigi ist halt so, der hat noch diesen Aspekt mit drin, dass er halt so, in solchen Situationen halt Angst hat, aber trotzdem den Mut dann irgendwie hat, das trotzdem durchzuziehen. Er natürlich auch hier mit dem, für Kodex, der halt seinen Bruder retten will. Obwohl er halt sau anders hat, weil er trotzdem sich in seinen eigenen Angst drüber bindet. Also... Und da war es in anderen Spielen, ich weiß nicht, hier habt ihr auch hier die Mario-Ruigi-Reihe. Ähm... Da hast du auch eins gespielt, oder? Abenteil Bowser hast du eins gespielt? Bowser's Inside-Story hatte ich ja, wo man... Da wechselt man irgendwie die ganze Zeit, wie ich habe. Ja, genau. Diese Spiele haben auch den beiden immer viel mehr Charakter gegeben, vor allem Luigi. Und, äh... von den beiden... von Mario-Ruigi-Reihe, der interessantere Charakter, wie soll... Also, wir sind jetzt auch vom ersten Boss. Das ist der erste Portrait-Geist. Hier das Besondere, ähm... Da muss man speziell... Ähm... NIEMALS! Hat die Taschbeut gerade getroffen. Ich hatte echt gerade Angst, dass es passiert, oder? NIEMALS! Scheiße! Ähm... Ja, okay. Ich erkläre gleich meinen Kontext, warum das jetzt gerade doof ist. NIEMALS! 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 Also... Portrait-Geist funktioniert so... Sie haben halt... Du kannst das ja auch nicht lenken! Ja, klar! Ähm... Also... Das ist jetzt der erste Portrait-Geist. Der ist halt relativ einfach, sein Herz zu aktivieren. Ähm... Muss ja dann nur warten, bis es halt geht. Und dann kann man halt anleuchten, um das Herz jetzt, äh... sichbar zu machen. Ähm... Bei anderen ist es manchmal ein bisschen komplizierter. Ein bisschen... Muss man irgendwelche anderen Sachen machen, damit man die jetzt runter machen kann. Am Anfang geht sie erst mal. Das Dumme ist jetzt gerade... Also die haben halt... Die haben halt 100 Leben. Und das Dumme ist jetzt, wenn man, ähm... Man wird... Am Ende des... Des Bereiches, also des Kapitels, wenn man die abgeschlossen hat, alle Portrait-Geister werden halt, äh... Gezeigt nochmal. Dann wird halt bewertet, wie gut man sie gefangen hat. Es gibt halt Bronze, Silber und Gold. Und, ähm... Man bekommt halt nur Gold, wenn man sie am Stück, äh... Komplett von 100 auf 0 in 1 aufgesaugt hat. Und dann bekommt man auch eine große Perle. Wenn man mehr Geld wert ist. Und, äh... Deswegen ist es gerade ein bisschen schade, dass die Bücher, äh... Dich getroffen haben und, äh... Ja... Wir da durch, ähm... Weil er hier den ersten Gold hat. Aber vielleicht wird's ja hier jetzt besser. Wir sind eben der zweite Portrait-Geister. Im ersten Bereich sind wir gerade zu schnell durch. Und hier werden die Besonderheit, beim anderen einfach warten, bis er geht. Da kann man ihn halt, äh... Aufsaugen. Bei ihr ist es so, man muss halt das Fenster... Oh shit. Man muss halt das Fenster, äh... Man muss halt das Fenster aufmachen, damit der Winz bekommt und, äh, dann kann man sie halt anleuchten. Und der Pilze, wenn gerade da rumgesprungen ist, ähm... Bei den Brüllen ist halt ein Giftpilz. Der macht einen kleinen. Und dann kann man eine Zeit lang seine Stoppeln benutzen und dann kann der Winzen und den... Ja. Den am besten ausweichen. Das war's auch dann so schwierig, Gold zu bekommen. Weil man halt gleichzeitig solche Objekten wie den Büchern, dem man da ausweichen muss und dem Giftpilz auch, die sie immer... Jeder Bossgeist droppt den halt einmal, während des ganzen Aufsorgevorgangs. Ähm... Mit dem muss man auch sagen, versuch mal ein bisschen auszuweichen. Man kann natürlich nicht die gegensteuern, wo sie so ein bisschen von den Geistern halt leiten lassen, wie sie sich halt bewegen. Aber man kann so ein bisschen versuchen, so ausprobieren. Wie wäre es schwer, da... Ich hab halt eine Kontrolle mit einzubauen. Ich hab teilweise noch einfach aufgehört, die Geister einzusorgen. Weil, ähm... Wenn du aufhörst, hast du halt... Ist halt besser, als wenn du halt klein wirst. Ja. Wenn du klein wirst, verlierst du halt Geld und dann gehört einfach Liebe auf und dann hast du halt nicht das goldene Kontrolle, was dir an sich eh nicht so extrem viel bringt, außer halt die Pferde. Mhm. Es ist auch meistens, dass man solche Decken und sowas auch einsorgen kann, von der Melusse. Ähm... Ja. Erster Endboss. Und da sind wir schon beim... beim Endboss, der der erste Bereich ist. Der erste Bereich ist halt wirklich sehr kurz, und halt, ähm... nur drei Geister. Jetzt... Ja. Sind wir da schon. Ja, und hier ist auch, ähm... Also die Charaktere machen alle auch so ein Theming irgendwie mit drin. Also hier ist es gerade so, dass man halt eine ganze Familie gerade aufgesaugt hat. Ja, die Hausherren halt. Ja, dann erst der Vater und die Mutter und jetzt das Baby. Ja. Und das ist halt erstmal so die... äh... der Theming vom ersten Bereich. Und das ist natürlich auch direkt, was man machen muss. Man muss halt die Schaukelkette zum Schaukeln bringen, damit er, äh... da auftaucht. Ja, und er halt halt, äh... dadurch, dass er erste... der erste Bereichsboss ist, natürlich auch noch... besonnen halt, dass er mehrere Phasen hat. Da muss ich erstmal... Ja, genau. Jetzt beginnt der Eingekampf, nehme ich erst an. Man muss eben halt... erst mal mit dem Ball abschießen. Das funktioniert auch so, man kann ja mit der einen Schlössertaste, kann man, ähm... kann man Objekte halt ansaugen. Mit der anderen Schlössertaste, kann man halt Objekte wegpusten. Cool. Und äh... Loslassen. Dann spuckt er den automatisch. Ich muss mich eher drücken. Kannst du einfach eher loslassen, dann spuckt er den automatisch drücken. Echt? Ja. Ja. Ich dachte halt so. Ja. Ansaugen und dann wegpusten und dann... schießt man das Ding halt. Okay. So. Nee, musst du echt einfach nur Ehren loslassen. Dann... Was zwingen wir da eigentlich? Ich hab's nicht verstanden, was das... Warum? Das ist ein Winky. Ich hab so... Ich hab so... Winky-Face jetzt. Warum? So, jetzt ist der erste... Der erste Großkampf, den kann man jetzt auch gar nicht, äh... den Heimkip aufsaugen. Kann's aber an sich... Kein... Gott. Nee, kann man doch gar nicht... den Heimkip aufsaugen, den Heimkip aufsaugen und so. Und gleich ist nochmal... den Heimkip abschließend... Ja, wie bekommt man denn eigentlich von Gold? Bei jedem End, ähm... Im Forst bekommst du Gold, wenn du mehr als 85 Leben hast. Dann hast du noch Leben. Ach, auf Leben hast du noch Leben? Ach so, das wusste ich gar nicht. Also wenn du 84 Leben hast, dann hast du Silber. Ah, okay. Aber das ist mir jetzt schon richtig viel rausgekommen. Du hast schon richtig Schaden auf einmal. Das ist mir nicht ganz schön viel. Und die anderen kann ich nicht mit einem machen, ne? Hahaha. Naja... Also dann... Ich kann mir das auch... Wenn ich jetzt... Zweites Mal aussagen, ne? Wenn ich hier wegfahre... Dann komme ich gar nicht mehr in die Phase, wo ich wieder erschreckt habe. Wie schreckt? Wie jetzt schau ich? Oder wie besser? Aber irgendwann auch schreckt. Ich bin gar nicht mehr in Erinnerung, weil ich es wahrscheinlich... Also wir machen die ersten zwei Phasen... Wenn ich mal lachen, wenn er so eine Phase ist. Das wüsste ich mir auch nicht. Weil wir hätten nie gekommen im Kampf wohl. Wird ja jetzt so viel wie früher erledigt. Also du machst natürlich auch die Besonderheit... Ah! Ah! Nice! Zweimal! Zweimal direkt verwischt. Ähm... Es geht nur um die Besonderheit, man kann mit dem Control-Stick dagegen lenken, aber wenn man den C-Stick auch noch dazu nimmt, dann hat man noch ein bisschen mehr Kraft in am Saugen und dann wird es noch effizienter. Und funktioniert einfach ein bisschen schneller. Ja. Ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube nicht, dass es in der Anleitung überhaupt drin steht, dass man das machen kann. Muss einfach rausfinden. Ja. Ja und dann ist jetzt schon der erste Bereich durch. Ja. Gehen wir zurück in Professor Idiots Labor. Boah! 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 Pfff! Alter, auch seinen Sound-Effekt, Alter! Sike, sike! Yabu, yabu! Geister? Genau. Genau, jetzt kommt das nämlich. Jetzt... Die eigentlich... Waren sie eigentlich Gemälde? Sie waren Gemälde, ja. Ja, sie waren Gemälde, aber wurden halt jetzt in ihre Geisterformen verwandelt. Und jetzt, da wir sie gefangen haben, können wir sie zurück in Gemälde verwandeln, wie sie eigentlich sein sollten. Ja. Und, äh, da kann man jetzt auch gleich sehen, was es dann mit der Bronze-Silber-Gold-Bewertung auf sich hat. Also, deswegen müsste ich jetzt ein Gold und zwei Silber machen. Eigen Gold. Dein Vater müsste keinen Mann machen. Der Gleisenkontrolle macht Silber-Els. Bin mir so auch nicht sicher. Die Mutter ist auf jeden Fall Silber geworden. Ja, zwei Mann. Das ist der Vorgang, halt. Ja, das ist ein Fressen, aber nicht. Die Schocken, aber... Ich bin schon gebacken. So, das Baby hat gewählt. Gold, Milgram, ja. Wie viel Geld mag ich das denn? Silber... Und der Vater hat sich noch Silber geworfen. Ja, das ist auch Silber. Auch Silber, ja. Also, man hat da dann verschiedene Rahmen und auch ein anderes Bild, guck ich dann komplett. Ähm... Ja, je besser man sie hat, den Fangt. Wie werden sie es nochmal gezeigt? Genau, Silberrahmen... Ja, und... Goldrahmen. Ach, die Summa Summa haben drei Geister. Gar nichts, ja. Jetzt sieht man auch hier... Alle Sachen, die da punkten sind. So, verschiedene Sachen an wertvollen Items, die man einsammeln kann im Spiel. Also, da gibt es noch einiges an äh... Verschiedene Sachen. Aber das kommt ja alles noch. Gut, alles noch. So, das ist wahrscheinlich... Im Bereich zahlt 3,5 Millionen Geld. Aller Säperin. Du bist toll. Du bist toll. Wer haste, wenn du bist. Und du bist toll. Du bist toll.